Kennst du traurige Gerichter? Gerichter? Ja, natürlich, klar. Vor allem das Gerichter mit der Dichterin. Ist sehr lustig. Hä? Keine Ahnung. Okay, das war jetzt... Warum fehlt hier ein Block? Enderman! Da fehlt noch ein Block. Alter. Warum fehlen da Blöcke hier? Sie sich verarschen? Ja, höchstwahrscheinlich wegen Enderman. Ja, den Holzraumschiff, auch gut. Hä? Alter. Sie verarschen? Wum, wum. Hä? Ich bin gerade echt verwirrt. Aber richtig verwirrt. Also so wie immer. Warte. Warum? Lockte ich nochmal neu ein und wieder... Also, lockte ich mal aus und wieder ein. Auf dem Server meine ich. Hä? Hä? Das kann doch nicht an mir liegen. Versuch doch mal. Was denn? Ja, versuch hier mal was abzubauen. Da fehlen einfach Blöcke mittendrin. Dann. Auf einmal. Wo bist denn du gerade? Am Feld. Und ich bin gerade ja am... Ab... Da wieder. Hä? So, jetzt... Jetzt mach mal. Du hast da einen Block abgebaut, ja? Ich hab da keinen Block abgebaut. Geh... Jetzt... Geh... Beim... Beim Feld. Ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht. Alter. Bist du vielleicht unbissend im Creative Mode? Nein. Jetzt, jetzt... Mach mal. Blö. Nix. So, jetzt mache ich mal. Warte. Oh, da. Warum? Keine Ahnung, was du da machst. Ich mach... Ich mach gar nichts. Hä? So, jetzt kann ich gerade nichts mehr aufsagen. Aber es ist die klaren, dass man in der Taub voll ist. Was für ein Schwachsinn. Hä? 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 Hier nix verstehen. Ach so, Daniel hat gerade irgendwas geschrieben. Uuuhh, Creeper. Oh, der war witzig, Daniel. Hat denn Daniel geschrieben? Kannst du nachgucken? Ach so. Ach so. Ein Huhn. Bock, Bock. Oder Bock, Bock, boooock. Boah, boah, die... Was war das für ein... Was war das für ein Tier? Da. Was? Was? Es gab doch so ein YouTube-Video. Ah, ah, äh, 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 äh. Und du überhaupt gar nicht drauf klar gekommen bist. Das habe ich mir einfach jeden Tag einmal angeguckt. Dann war einfach mein Tag gerettet. Äh. Ja. Wie ist das nochmal? Warte. Star Wars, äh... Äh, 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 boah, Chipmunk oder so. Wo das dann so voll böse guckt. Muss ich mir gleich nochmal angucken. Das müssen wir gleich nochmal reinziehen unbedingt. Du hast dich gerade auf eine Idee gemacht, ey, boah. Wusstest du, dass man mit Traps auch Facebook aufnehmen kann? Ja, das habe ich eben auch gemerkt. Ganz seltsam. Wo ich, wo ich das, wo ich das so gemacht habe, ich so, hä, äh, äh, BTF? Hätte ich nie in dem gedacht, dass man ja auch Facebook aufnimmt. Kann man ja auch YouTube aufnehmen? Ich denke schon. Das wäre toll. Wieso? Das ist doch sinnlos. Dann kann ich das Video mal aufnehmen. Für dich zu Hause, ja? Ja. Genau. So, ihr Hardcore-Schaf, ihr habt ja lange nichts mehr zu essen bekommen. Was? Die Hardcore-... Oh Gott. Verletzt dich bloß nicht. Du und du. Macht Liebe. Du und du. Du und du. Warum ist das scharf schwarz? Egal. Weil es böse ist. Du und du und du 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 du. Habt alle Liebe. Du, 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 hä? Hallo? wo und du die wird weiter ich will nur noch da die kleinen werden einfach mitgerissen für 6 Uhr du und du so noch welche jahre also du und hallo hallo warum klappt das nicht mehr du und hä du bist ja oben da mit dem mit dem mit dem abholzen fertig ne ja hast du dann vielleicht gleich Lust mir hier unten beim abbauen zu helfen gerne gut alter raus hier alter 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 da ich habe noch eine Spitzhacke zu um bis sie mich als lauter geworden wie lauter bis lauter geworden was das Mikro mit er an Prozent Mund heran... Jetzt sei ich gleich geblieben. Okay. Na, egal. So, wo soll ich dir denn helfen? Ja, hast du die Spitze, okay? Gut. Dann, ich muss einmal hier die Blöcke, ne, in der Mitte weghaben. Auf dem Boden? Oder das hier? Erstmal bis hier auf dem Boden. Nee, also der Kram hier, der in der Seite ist und so. Bis auf dem Boden und danach halt noch ein bisschen was tiefer, aber das weiß nicht, ob wir das tiefer heute noch schaffen in der Aufnahme. Okay. Ja, dann jetzt paralleles abbauen. Was total spannend ist. Es hat sich sehr viel geändert seit der ersten Folge dieser Aufnahme. Also, ich baue immer noch Steine ab, aber ansonsten hat sich was getan. Wow. Mein Handy vibriert wieder. Man kann es vielleicht hören. Nee, ich habe es nicht gehört. Okay. Ja. Warum müssen die denn Working Bench? Äh, die habe ich eben gebraucht. Bis zuvor ein paar Meter zu gehen warst. Ja, ich kriege sonst immer schon so viel. Deswegen, ja. Ja, aber mach ich denn hier mal bitte was in Minecraft. Ich bin jetzt halt nur rumlaufen. Ach, rumlaufen ist ja auch was Tolles. Aber auch nur, wenn man Marathonläufer ist. Abgesehen davon. Also, den Boden willst du jetzt auch raus haben hier? Nee, den Boden erstmal noch nicht. Erst später, wenn hier in die Mitte erstmal so raus ist. Dann zeige ich dir, wo der Boden raus muss. Dann zeigst du mir, was lang geht. Zeige dir, wo der Boden rauskommt. Das ist so fies an. Dann zeige ich dir, wo der Boden rauskommt, du kleines Kind, ey. Ich habe wohl jetzt nichts Böses aussagen. Schön die Hände knacksen. Warte, mal gucken, ob ich das gleich kann. Ja, bei mir auch. Naja. Normalerweise kann ich das auch immer toll mit meinem Ellenbogen, aber das nur manchmal, dann fängt der richtig an zu knacksen. Ja, Toiletten! Ja, Toiletten! Ja, Toiletten! Ja, Toiletten! Sogar noch live mitgesprochen. Das ist beeindruckend. Ja, aaaah! Nein, du... Ah, jetzt hat er meine Knöchle geknackst. Au! Ekelhaft. Nein! Lass mich warten, live mitgesprochen. Ja, natürlich. Schäm dich. Schäm dich, das Ende ist klein, nur du hast N-M-O geschrieben am Anfang. Schäm dich! Egal! Es ist ein N-M-O-R-P-G. Schäm dich! Ich bin doch hier gerade ein N-M-O-R-P-G-N. Trotzdem! Schäm dich! Erläutere das bitte mal. T-A-T-Oh! Ja! Endlich! Hast du es verstanden! Ja, alter! Wie bin ich froh, dass ich die Lehrer nicht mehr habe! Irgendwie... das, ja, bin ich auch froh. Erläuter das, bitte mal. Das ist voll das hässliche Wort, Alter, das geht gar nicht klar. Oder, wie hieß das? Wer hat nochmal irgendwo im Religionsunterricht was an die Tafel geschrieben? MC Roller, fuck the system, ne? Oder sowas, ne? Und dann hast du irgendwie... MC Roller is not amused. So geil. Ja, das war der Religionsunterricht. Ja. Da haben wir mitten im Religionsunterricht Minecraft gezockt. Das war auch toll. Also darf man ein Laptop mitnehmen, weil irgendeine Präsentation... Ne, in Englisch war das, ne? Ne, das war Politik. Ne, Englisch, 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 stimmt. Über Skyrim. Ja, ich hab deine Präsentation über Skyrim gemacht, ja. Ja. Da hat er den Netto mitgenommen, dann haben wir... Mit deinem, äh, Klassenkameraden. Zusammen. Ja. Und, äh, dann haben wir... Ja, also die haben gesagt, ja, wir müssen noch irgendwas updaten und hast du nicht gesehen. Ja, wir haben total verarscht. Dann durften die Pause oben bleiben, dann haben wir Minecraft gezockt und jegliche Sachen an die Tafel geschrieben. Wir sind... Das war lustig. Wir sind... Wir sind mit einem... Naja, ich nenne jetzt einfach mal Rollator rumgefahren oder so. Rollator. Ne Gehhilfe. Ja, das zieht aus wie ne Gehhilfe. Das war eigentlich so, wo man so Bücher reintun kann. Und dann dann rumfahren kann. Was total sinnvoll ist. Ich verstehe gar nicht, dass aber in einer Klasse gestanden hat. Das war einfach mega aus Plastik, Alter. Das ging einfach so schnell kaputt. Aber man konnte damit super mit rumfahren, ja? Oh ja. Was ich auch stolz bewiesen habe. Naja. MC Roller is not in use. So geil. God damn. Was würd ich noch mal geben, bei der noch mal irgendeinen Unterricht zu machen? Da muss ich einfach nur verraten. Ah ja. MC Roller. Keine Fresse. Das war noch witzig. 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 Wir bräuchten mal einen Schweizer hier. Wir können immer Haku einladen. Haku. 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 Ich weiß nicht. Ich werde mit den Schweizer zentren. Rivella. Haku. Haku. Ich hab keine Schaufel mehr. Ich aber. Ich aber. Putt mal einer. Da, da liegst du. Bissig weg. Was? Egal. 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 Feierst du wieder Runden Geburtstag? Fack. Fack. Ne. Das ist erst morgen. Hätte ich ihn gefunden. Hätte ich ihn gefunden. Im Voraus, oder wie? Keine Ahnung. Hätte ich fressen, du hast dich morgen geboren. Und ich hab auch keinen Runden Geburtstag. Ne. Ist mir doch egal. Ist mir doch von hier, dass du 40 wirst. Ich hab keine F... Oh! Ich hab Pfeile. Jetzt kann ich bis hier riechen, dass du 40 wirst. Warum hängt denn... Warum liegt denn Pfeil? Ich weiß nicht. Der ist bestimmt irgendwo aus der Decke... gefallen. Fight! Nein. Ich muss mal... Also ich muss wieder... PvP anmachen. Ja, genau. Können wir uns mal zerkloppen irgendwie. Ja! Jawohl. Was machen wir jetzt eigentlich mit den letzten B-O-E-B-U-H-O-D-K-E? Ich weiß nicht. Wir können uns ja eigentlich auch so Freunde dazu holen. So als Teams. Ja. Dann würde das mal weitergehen, ja. Ich nehm Lanti. Der ist Soldat, der kennt sich aus. Ja, okay, stimmt. Dann nehm ich aber Daniel, weil... Cyberspace keine Ahnung ist. Ich will den nicht. Den kannst du behalten. Nein, du kriegst den Ossi. Ja. Okay, ich krieg den. Dann bin ich halt in Überzahl. Ja, ne. Doch. Du wolltest den nicht, also krieg ich den jetzt. Aber du kommst eh nicht durch meine... ...durch mein Höhlensystem und durch. Nie im Leben. Wir sind zu dritt. Vergiss das nicht. Ne, die bauen nur mit, ne. Ja, die gehen da nicht rein. Achso. No. Das machen wir beide nur noch, ne? No.